Ja, mein Name ist Häusler Dieter, ich stehe hier für den Bruno Gröning Freundeskreis und ich muss sagen, ich bin total begeistert, weil wir heute den einmillionsten Klick auf YouTube haben von dem großen Dokumentarfilm, das Phänomen Bruno Grönings. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, die Sie alle dazu beigetragen haben. Ein paar Stimmen, die wir hier auf YouTube gehört haben bzw. gelesen haben, einer sagt, ich erlebte die Heilung von Rückenschmerzen bei Minute 12.9. Danke. Also etwas geschieht mit einem beim Schauen dieses Films. Oder hier sagt einer, ich durfte Heilung von einem chronischen Darmleiden erleben. Medizinisch austherapiert, jetzt bin ich gesund und lebensfroh. In dem Sinne, alles Gute von Bruno Gröning Freundeskreis.